Ach so, Scheißdreck. Ladezone gesichert! Alles einsteigen! Wir verschwinden! Alle Mann bereit machen für Bergung! Emerson, wir wären dann soweit. Die Kameradaten sind unterwegs. Die Ereignisse überschlagen sich, Psycho. Laut unserer Satellitenüberwachung verlädt die KVA den Behälter auf ein U-Boot. Wir befürchten, dass sie einen Angriff auf unsere Trägerflotte vorbereiten. Wenn das U-Boot abtaucht, sind wir erledigt. Dann haben wir keine Chance zu orten. Wir würden es vermutlich erst wiedersehen, wenn es die USS Lexington versinkt. Also, beeilen Sie sich! Jawohl, Ma'am! Also, ich tippe mal, dass dieses Crisis Void hier so zwischen Crisis spielt irgendwie. Dass wir das sehen, was Psycho eigentlich so in der Zeit getan hat. Irgendwie. Tarnfeld aktiviert. Renn mal ein bisschen. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Hast du mich gar nicht gesichert, siehst du? Ah, hier liegt Raketenwehrfakt, gut zu wissen. Lol. Der steht ja immer noch. Du musst den Hafen da vorne infiltrieren, um zum U-Boot zu kommen. Ja, ja, ja. Die Vorderseite ist gut gesichert. Such dir also lieber einen anderen Weg. Ja, warte erst mal. Ich muss mal eben hier... Ach, wir schießen gleich mal hinten hin. So. Brauche einen neuen. Damit wir den nämlich schön platt kriegen. Diesen Hubschrauber. Boah. Der ging ja... Freischuss. Ne, nicht mit denen. So. Nein, auch nicht mit dem. So. Ich mag dieses F... 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 Y... F... F... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich diese Waffe. Psycho. Starke KV-Auer-Verbände auf 12 Uhr. Irgendwelche Alternativrouten? Negativ. Verdammt. Ich helfe dir aus der Luft, solange ich kann, okay? Alter, die schießen dich noch ab. Ist das was Neues? Achtung! Die Koreaner haben die Straße abgeriegelt. Lässt dich nicht von ihnen überraschen. Nein, 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 nein. Oh, das war wieder sehr knapp. Na toll. So, da ist schon mal Ruhe. Hehehehe. Wer schießt denn da? Ich stepp. Tarnfeld aktiviert. In diesem LP. Noch eins, äh, noch ein... Ach, da ist noch einer drin. Ja, ja, ich bin grad weg. Maximale Panzerung. Erstmal ein paar Autos killen. Ja. Ey, machst du bumm? Ja, geht doch. Oh, fuck. Ich hätte es lassen sollen. Ich immer meine große Fresse, weil ich bumm mag. Ich mag es ja immer, wenn es bumm macht. Ja, ja. Hier. Maximale Panzerung. Aber es kommt immer mehr. Ja, ja, rück mal vor, hier. Maximale Panzerung. Ein bisschen Muni sparen. Ja, der Mucke entwickelt Skill. Frag mich nicht, warum. Aber er kommt. So. Muni ist aber da voll. Dann sagen wir, wir gehen erstmal da oben gucken. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Ich mach die deswegen kaputt, damit die nicht auf die Dinger kommen, die Dinger zu benutzen. Machst du bumm? Boah. Hält es einfach zu viel aus. So, was ist das? So, haben wir hier was? Oh, hier was? Ui. Ein Raketenwerfer. Geh mal her damit. Kann man immer gebrauchen, ist das denn? Rauchgranate ist voll. Sprenggranaten bräuchte ich auch mal. Präzisionsgewehr. Okay. Also hier so Scharfschütze hab ich ja mittlerweile auch drauf. Gewehrgranaten. Hm. Jo. Das klingt sehr, das klingt sehr gut. Ich hör doch schon wieder irgendwas hier. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Hä, 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 hä. Komm mal in Ruhe. Tarnfeld aktivierend. Ich hab dich abgeknallt. Maximale Panzerung. Ah, ein E-Mann-Gott-Rub. Echt? Ja, vor allem hier ist... Design. Na, seht ihr? Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Er ist ja ganz alleine rumgerannt. Meinst du das, Veku? Das war wirklich schlecht. Tarnfeld aktiviert. Ihr habt auch nur Scharfschützen gehört, ne? Maximale Panzerung. Toll, warum hab ich das gemacht? Weil ich Bum mag. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Und jetzt muss ich erstmal wieder weg. Alter, war das knapp. Wie ob nicht gerallt hätte, die von hinten kamen. Von hinten. Tarnfeld aktiviert. Ihr seid Schweine. Ihr kommt von hinten. Energie kritisch. Maximale Panzerung. So. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ah! Ah! Okay, dann muss ich jetzt eben schnell reagieren. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. So, reicht. Das läuft gut. Oh, was stimmt denn der so? Energie kritisch. Aber da steht der noch. Jetzt nicht mehr. Maximale Panzerung. Da ist der Scharfschützer. Hab ihn gefunden. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Äh! Hier ist aber nicht nur ein Scharfschützer, hab ich das Gefühl. Und man macht das jetzt auch mal Bum? Jetzt aber. Geht doch. Moment. Was? Was? Tarnfeld aktiviert. So. Guck mal her. Energie kritisch. Ich würde schon sagen, warum treffe ich hier nicht. So, jetzt haben wir Ruhe. Erstmal machen wir den kaputt. So, er brennt, er brennt, er brennt. Jawohl. Der brennt auch. Yeah. Leute, ihr glaubt gar nicht, was das ist. Spaß. Einfach die ganzen Autos in die Luft jagen. Komm, komm, komm. Yeah. So. Gut. Nehmen wir mal da hoch. Da muss natürlich jetzt die Präzisionswaffe da oben krallen. Da liegt noch einer. Ich hab aber gleich keine Granaten mehr. Uh, ist nicht der hier Feines? Ach, noch ein Raketenwerfer. Ach, guck mal, ich hätte so schön ballern können. Und jetzt liegt das hier alles rum. Herrlich. Dim, dim, dim. Wo ist das Gewehr, hm? Wo ist das Gewehr? Hast du das Gewehr verloren? Ich will die Muni haben. Man hat so wenig Muni von dem Ding. Da, 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 da. Hm, 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 hm. So. Hier ist noch ein Auto. Was machen wir mit dem Auto? Genau. Oh. Oh, 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 oh. Ich dachte, da fliegt die Luft und ich gleich mit. Alter, wie viel hält denn das scheiß Ding aus? So. Der ganze Trupp erledigt. Nix mehr übrig. Wir kommen dem Hafen immer näher. Kommen wir noch mehr? Komm zur Mucke. Wo seid ihr Arschlöcher? Ich komme echt... Tarnfeld aktiviert. In Vitrise in Hafen erledigt. T-T-T-T-T. Vielen Dank.